Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und zwar heute zum Sniper-Duell mit Spike und zwar dem dritten Teil der Entscheidung, ja. Hollywood Hills, USA. Wir sind auf jeden Fall am Start. Nein, warum hab ich denn jetzt... Lass da wechseln. Warum ist der Skin von meiner Waffe weg? What the fuck? Oh mein Gott, wie kann man denn... Du bist in... Du hast einfach meine Waffe abgeschossen. Hab ich das? Alter, das fängt schon wieder gut an. Ich hab noch kein einziges Mal dieses Spiel gespielt. Ich auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute echt nicht fit. Ich hab Kopfschmerzen und es ist schon für mich spät. Eigentlich Schlafenszeit, ne. Beide auf die Idee gekommen. Finde ich gut. Klingt schon wieder ekelhaft an hier. Auf jeden Fall. Ja, es hängt auf jeden Fall. Warum ist der Skin auf einmal von meiner Waffe weg? Ich hatte da eben einen coolen Skin. Ich weiß nicht. Nein, ich hab nicht getroffen. Ich auch nicht. Das ist ein Stein. Bist du denn? Hier wird jetzt geartzt. Natürlich. Nein. So knapp. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht heute. Also es wird an dich gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, das sagst du jetzt. Diesmal werden hier aber keine komischen Sachen benutzt, ne? Was meinst du? Ja, irgendwie Abschussserien oder so. Tricks, ja, ist okay. Absolutisch. Boah, die visiert echt langsam an, aber... Ja, es geht. Ja, es geht. Okay, naja. Als ob hinten Marker, Digga, was ist das? Ich bin erstmal weg. Scheiße, was? War nichts mehr laufen. Ich hab über das Versehen meine Dings-Tester aktiviert. Ich frag mich, ob ich das aufnehme eigentlich. Aber ich glaub nicht, weil ich spiel das Spiel. Ey, ich spiel ja das Spiel. Neh mir das Spiel auf. Als ob wir wieder auf die Gerechtigkeit gekommen sind, Alter. Einfach du ließ. Digga, ich hab Angst. Das ist schlecht, ne? Was? Das ist schlecht. Oh mein Gott. Ich hab so... Ey, ich bin... Man merkt mal, ich bin heute nicht so aufgeregt wie sonst. Mit mal kein Crack. Oh mein Gott, das war der Hedgehog. Der Hedgehog. Das war ein Flames. Soll ich nicht blut? Das war stark. Sogar ich zugeben. Wo bist du hin, du hässliger? Hätte das getroffen, ne? Fuck, hätte das getroffen. Oh man, wie steht's überhaupt? Oh nein, du Fürst, das ist nicht gut. Ein bisschen, das wird richtig knapp. Mal ein Mauspettchen näher ranrücken. Mach mal. Meinst du? Ich bin nicht so überzeugt von der Sniper. Vielleicht war die andere doch besser. Das ist mir... Ich weiß nicht, ich bin eh kein Sniper-Spieler. Also online macht die hier... Ist die hier geil. Aber ich weiß halt nicht, welches Setup der Typ hatte, mit dessen Sniper-Spieler. Keiner von uns, wie ich mich bewegen will. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich versuch's wieder mit meinen Trickshots hier. Nochmal. Wozu denn jetzt lang? Na, komm ich nicht drüber. Komm ich nicht drüber. Na, ich weiß, was du machen wolltest. Weißt du das? Ja. Was? So eklig aber, bist du sein. Wie kannst du mich... Ah ja, komm. Weißt du, wenn er in seinem Hearthscope sitzt. Oh mein Gott, Alter, Leute. Der Köper krank, der Köper krank. Das war richtig krass. Aber nix, kann man nicht anders sagen. Ne, wirklich nicht. Na schlecht. Ah, Mann. Egal. Ich muss nachladen. Uhu. Nein. Da wolltest du kommen mit deinem Messer. Da hab ich dich geschossen, Alter. Ich hab dich sogar gehittet. Das war richtig dumm von mir. Das war richtig, richtig dumm. Was der Spike kann, das können wir auch. Nice. Niceer Wurf. Das ist eh jetzt schon vorbei. Das ist ja stark. Die Waffe ist auf jeden Fall stärker. Das ist stark. Ja, die ist stark, die macht halt meistens One-Hit. Ja, und das ist halt ganz nice. Wie dumm war das denn? Ich vertippt. Von Näherungsmine ausgeschaltet, so ein Ding wird das hier. Was meinst du? Alter, was mach ich hier? Worum geh ich am besten hin? Ja, oh mein Gott, ich hau hier manchmal Kills raus. Alter, da kann ich selber gar nicht glauben, dass ich getroffen habe. Das war okay. Mit Flex, Bro. Nein. Weil, wie wir ja bei dir jetzt am Arzt kommen, sind halt da wie die größten Larrys. Nein, natürlich sind die Erdung meiner Familie. Ja, ist echt so. Wo bist du jetzt hin? Wo ist deins? Ich bin immer noch hier. Ich darf nicht mehr buschen. Ich werde jetzt einfach hier im Spawn sitzen. Ich darfst du im Spawn sitzen. Habe ich den getroffen? Scheiße, Mann. Ich habe manchmal mit meinem Mausrad das Problem. Ich habe es schon in den Videos gesehen, dass du wechselst einfach. Ja, weil ich das Tammauk schmeißen will. Nein. So hoch, ey. Ich finde es ja krass, dass wir so ausgeglichen sind mit meinem Skill Level. Das finde ich richtig lustig. Ja, ja klar. Bei deinem Auto-Aim ist es natürlich klar, dass wir gleich das gleiche Skill Level haben. Ja, flisst das erst mal. Das ist so frech. Das ist so frech. Aha. Du musst dir denken, das Video noch hochzuladen, damit es morgen online ist, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich auch. Das darf nicht wahr sein. Hält schon durch die Wand. Hält schon durch die Wand. Das ist so frech, dass man durch diese Wand durchschießen kann. Das war geil. Als ob du führst, hätte ich jetzt echt nicht gedacht sogar. Ne, darauf lasse ich mich gar nicht erst ein. Kacke. Das wird Tammauk wiederholen. Na, bist du eh jetzt regeneriert. Oh mein Gott, da ist er wieder, der Tammauk-King. Das war stark. Da ist er wieder. Das war stark. Nächstes Mal machen wir Semplex beim nächsten One-Wi-Once. Ja, können wir machen. Ja, aber ich war Semplex-King, du warst Tammauk-King. Ja, da merkt man schon, wie der Skill verteilt ist, ne? Ja, genau. Jetzt geh mal weg von der Wand. Reicht. Was meinst du? Aufhören durch die Wand zu schieben. Oh nein. Aua. Kannst mich nicht treffen, ich sitze unter dem Stein. Mensch, blöd. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey Leute, ich muss selber nicht glauben, wie ich das hinkriege. Ich hoffe eigentlich nicht. Ah ja, mit den Hacks natürlich. Oh mein Gott, was war das für ein Kill? Das ist doch stark, das ist doch stark. Das war der krankste Kill überhaupt. Ich hab nicht mal an... Also ich hab so... Das war so eine Mischung aus anvisieren und nicht anvisieren. Da machen wir mal Sicherheitsweise nach, ne? Und so sicher ist sicher. Wollten wir nicht irgendwie sieben Schuss haben? Ja, irgendwie schon, ja. Aber wahrscheinlich, weil der eine geladen ist. Lol, ich hab gar nichts gerafft. Ich hab ja so einen Wildschwein um den Hals hängen. Okay. Wild. Wollt ihr schlecht für mich? Digga, was ist los bei mir? Was? Hitmarker? Was ist los bei mir? Was ist los bei mir? Ach, ich bin so unfassbar schlecht, weil das ist nicht normal. Der verzögerte 360 mit dreimal Maus drehen. Eigentlich muss ich... Ja, eigentlich krieg ich einen 360 hin. Okay. Scheiße, was macht da? Okay, Leute, jetzt passt auf. Gehst du hin? Ey! Was willst du denn? Du wolltest mich schon wieder schlagen. Natürlich. Nein, das gibt's wohl nicht. So nämlich. Und da ist die auch stärker, ne? Bei sowas, dass du dich das schon umdrehen kannst. Da muss ich wirklich sagen... Ja, ja, das ist halt der Vorteil. Ich kann mich halt richtig schnell umdrehen. Aber ich... Oh Gott, als ob du reingelaufen bist. Ja, komplett verloren. Ja, echt so. Ach, scheiße. Fuck. Ich wollte ne... Ich wollte ne Ding schmeißen, aber ich hatte gar keine. Ne Annäherungsmine. Oh. Das ist schlecht, ne? Ach, nee. Da ist der Quickscope. Ich konnte dich nicht leben. Dieses um die Ecke Sliden lohnt sich gar nicht. Merk ich grad so. Ah, ist doch spannender, als ich gedacht hätte. Gott. Hast du's geschmissen? Nein. Fick dich, sagt er einfach. Ich jetzt. Ja. Das fühlst schon... Das fühlst schon schlecht. Oder war, bis du Cocky wirst. Ne, Digga, vergiss es. War, bis du Cocky wirst. Ich wünschte, man könnte hier so drauf. Leute, ich hab ne Idee. Ich hab ne... Fuck you, Alter. Bei mir gucken wir uns an, für die Fans, Alter. Wollen wir mal sehen, wie der Junge hier spielt. Okay, pass auf. Ich hab die nix geworfen. Ja, okay, konnte ich nix machen. Ja, bestätig. Ja, konnte ich nix machen. Wie steht's? Okay, ich führ. Du führst immer noch. Aber darauf darf ich mich nicht ausruhen. Das stimmt, das ist echt manchmal sehr knapp. Digga, hab ich was getroffen. Wär so schön, wenn's dich... Hab ich nicht gesehen, hab ich nicht gesehen. Wär so schön, wenn's dich getroffen hätte. Ich merk's nicht, wie mein Brain einfach laggt. Also wirklich so. Ja. Gehst du wieder durch die Wand, oder seh ich dich einfach nicht? Oh mein Gott. Das schmerzt. Ich darf nicht... Ich werd nicht mehr pieken. Ich werd nicht mehr pieken, Digga. Vergiss es. Ich mach's jetzt wie du letzte Folge. Also vorletzte dann. Okay. Okay, man kann ja Atmen anhalten. Ich bin so dumm. Ja, aber wer macht sowas? Ich nicht. Das hab ich noch nie in meinem Leben gemacht. Fuck, ich hab dich einfach nicht... Hab einfach auf die Karte geguckt und nicht gecheckt, dass du schon so weit vorne bist. Was passiert? Das war dumm. Das war dumm. Nix. Das war stark. Nix. Na komm schon. Alter, da oben. Ich dachte, du bist unten. Okay, ich muss jetzt ein bisschen auf Safe spielen, weil wir wollen das Ding auch gewinnen hier. Nein, nicht nur du. Da muss ich meine Motionen verschießen. Ja, hör mal lieber auf jetzt hier die ganze Zeit. Dicke, safe ist safe. Ja, ja, ja. Aber mach ich nicht mit. Komm, wir müssen mal den Spot wechseln, wir sind die ganze Zeit in den gleichen Spot. Ich geh in die Bar. Ja, da hast du recht. Mach mal. Fuck you, Alter. Soll ich, wie du sagst oder so? Fuck you. Du siehst doch eh auf der Map, wo ich bin. Ja. Aber du meinst so heftig. Nein, Scheiße. Leute, dieser Kill war und der war nicht von dieser Welt. Ja. Manche Kill's, die ich hier mache, sind einfach nicht von dieser Welt. Dann kann man so überheblich wie ich letzte Runde und dann verlierst du wahrscheinlich auch noch. Nein, ich dachte so safe, das trifft dich. Echt? Ja, das sah bei mir voll so aus. Was? Ja, sehr gut. Easy Kill. Nee, du wirst nicht gestorben, was? Nein. Ich kann ausweichen. Ach kack, ich hab nicht gesehen. Ich hab mit dem hinterm Bus gerechnet. Mist. Das kam wohl zurück. Ja, aber es ist direkt vor mir abgeprallt. Dein Köpfchen hab ich ganz klein gesehen. Hab ich auch gesehen. Wer trifft jetzt? Das ist die Frage, ne? Ach, fuck you. Das muss ich sehen. Das muss ich mir angucken. Das war richtig, Alter. Keine Ahnung, das ist einfach so eine Frage. Ja, da war so ein Millimeter. Aber so hab ich dich auch gesehen. Klasse. Okay, scheiße. Ich hab nur noch einen Punkt Vorsprung. Ich hasse, dass man hier nicht drauf kann, um da drüber zu gucken. Oh ja, ich war so ernst. Das ist so nicht wahr. Okay. Ich hab nur dieses Geräusch gehört nach mir so. Das ist ein Witz. Okay, wir haben wieder ein bisschen aufgeholt. Wo bist du? Wo bist du? Ich wusste übrigens grad nicht, wie ich abbrechen kann, deswegen hab ich es geschmissen. Wo bist du? Ja, wo bist du? Ah, ich weiß nicht, wo du bist. Das ist mir hier alles zu bekannt. Ja, ich auch nicht. Okay. Ah, ich weiß, wo du bist. Jetzt wird der überart zu dir gemacht, komm. Natürlich. Der sieht wen zuerst. Oh, ich glaub, das klappt aus dem Winkel nicht. Ah, fuck. Haha, verarscht, ey. Ne, ich hab, man merkte das bei mir. Ich dachte mir, vielleicht hätte ich jetzt Glück. Ein bisschen irritiert warst oder so. Okay, es ist aber knapper als gedacht. Ja. Krass, gell? Du bist im Haus, ne? Kann ich deins einsammeln? Ne, ich kann deins einsammeln. Ne, geht nicht. Trotz Plünderer geht's. Ne, das ist mir jetzt zu risky, mein Freund. Kann ich verstehen. Nein, nicht mit. Nein, nicht mit. Oh Gott, ich wär fast runtergefallen. Boah, du Ratte. Ich seh dich nicht. Und nicht mehr, kacke. Ne, ne, ne. Hör, du hast mich gesehen. Weiß ich nicht. Ja, es wurde bei mir angezeigt, dass du mich siehst. Nein. Boah, Leute, Alter. Ey, aus dem Nichts. Wirklich. 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 Boah, Digga, diese Lunde ist so eh widerlich, ne? Okay, jetzt kann ich ein bisschen reinjoken. Oder auch ich. Das ist ein Witz. Okay, jetzt hab ich aber wenigstens meinen Tomahawk. Aber no joke, ne, für uns ist das ganz so spannend, für die Zuschauer ist das so langweilig, weil die Lunde einfach nicht vorangeht, ne? Ne, das glaub ich nicht. Scheiße. Was mach ich denn jetzt hier? Wie viel steht's? Es ist eins, Leute. Oh nein. Ich hab einfach nicht aufgepasst. Oh Gott. Warum hab ich das gemacht? Eine Chance. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, das war grad so knapp. Das ist Hass und Unentschieden. Das ist definitiv ein klarer Sieg für mich. Leute, dafür müsst ihr ein Abo und ein Like da lassen. Das war krass. Alles war so intensiv und dann schon egal. Oh, ist so. Ey, ich dachte am Ende, ihr müsst da das Messerchen schmeißen, Leute. Ich dachte mir am Ende einfach so, yo. Boah. Kein Risiko, ich versuch zu messern, weil ich gedacht hab, du versuchst das nicht. Aber wieso hab ich die One-Hit gemacht aus der Distanz? Das macht keinen Sinn. Weißt du, was ich meinst? Ja, verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Naja, Leute. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. War ein nices Video. Das Battle ist jetzt entschieden. Der einzig wahre Sieger steht fest. Das war aber eigentlich ein von vorne rein. Klar, hier fliegt eine Mücke. Ja, genau. Nee, Spaß. Aber es waren auf jeden Fall drei geile Runden. Auf jeden Fall. Wenn ihr darauf nochmal Bock habt, dann schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wir haben auf jeden Fall Bock, das nochmal zu machen. Auf jeden Fall. Wir können das auch mal mit was anderem als Sniper machen. Stock und Stein. Ja, Stock und Stein können wir auch mal spielen. Das auf jeden Fall. Und wir können auch einfach mal mit einer MP oder so. Mit der gleichen MP. Einfach da mal gucken, wer besser ist. Leute. Schaut bei Spike vorbei. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.